Ich bin Melanie Räth und ich komme von Egalswil und lebe hier mit meinen fünf Schlittenhunden und einem Golden Retriever. Ich wurde angefragt, um über mein Hobby der Schlittenhunde zu erzählen. Ich habe skandinavische Hounds, das sind europäische Schlittenhunde. Das sind die schnellsten unter all diesen Schlittenhunden Rassen, die es gibt. Mein absoluter Lieblingsrennen war das Windelärfttrager in Schweden. Das ist ein 300 km Stafettenrennen, das wir zweimal gemacht haben mit einer Schweizer Äquipe.